Grüezi und herzlich willkommen zurück zum sechsten Video aus der Reihe zum Kundenkompetenzsystem und dem Thema wertschöpfende Prozesse. Wie Sie im letzten Video über verstandene Kundenbedürfnisse erfahren haben, ist es wichtig zu verstehen, was Ihre Zielgruppen rational und vor allem emotional von Ihren Leistungen erwartet. Das Wissen ist entscheidend, um die Werte zu definieren, die Sie mit Ihren Prozessen für Ihre Kunden erzeugen. Genau die wertschöpfenden Prozesse sind das Thema dieses Video und vor allem auch, wie Sie Verluste in Ihren Abläufen systematisch reduzieren können. Wertschöpfung umfasst ja die Leistungen, wo ein Kunde etwas dafür zahlt oder zahlen würde. Was die emotionalen und rationalen Werte genau sind, ist manchmal gar nicht so einfach zu definieren. Dann ist es immer sinnvoll, die Leistungen zu reduzieren, wo ein Kunde garantiert nichts dafür zahlen würde. Die Japaner nennen die Emuda. Und das ist offensichtlich ein Thema, weil vielfach mehr als ein Drittel der Arbeitszeit im Büro verschwendet wird. Das zeigt unter anderem eine Studie vom Kaisen-Institut. Wenn man diese Verluste halbieren könnte, würde die Produktivität um etwa 50% steigen und die Kosten um etwa 20% sinken. Es stellt sich also die folgende Frage. Wie viel Arbeitszeit wird in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrem Vertrieb verschwendet? Wie erkennen und reduzieren Sie diese Verluste? Wenn wir im Video über Kundenbedürfnisse diskutiert haben, möchten Kunden ein Problem vollständig lösen. Kosteneffektiv und mit einem Minimum Anstrengung und Zeit. Konzentriert sich grundsätzlich auf Prozesse, die für Kunden einen Wert generieren. Die Japaner nennen die Gemba. Das heisst Prozesse, zum Leistungen entwickeln und gestalten, Kunden auszubilden, all die potenziellen Kundenkontakte inklusive dem Verkauf. Gemba sollte in einer Organisation zoberst stehen, als andere ist Unterstützung. Das Kaisen-Prinzip, das heisst, der ständige Prozess vom Guten zum Besseren, was die Steigerung Ihrer Produktivität angeht, läuft dann so ab. Gehen Sie zum Ort des Geschehen, also vor Ort, dort wo die Prozesse ablaufen. Analysieren Sie die echten Prozessdaten. Identifizieren Sie Verschwendung, zu den möglichen Verlustdaten komme ich später noch darauf zurück, und sorgen Sie für einen kontinuierlichen Prozess, um diese Verluste zu reduzieren. Analysieren Sie grundsätzlich jede Tätigkeit nach dieser Unterteilung. Die Prozesse, die aus Sicht vom Kunden tatsächlichen Wert erzeugen. Die, die zwar keinen Wert erzeugen, aber im Moment zur Leistungserstellung nötig sind. Und die Handlungen, die aus Sicht vom Kunden keinen Wert erzeugen. Dann geht es darum, Verlustdaten zu definieren, die Sie systematisch reduzieren wollen. Verlustdaten, die vom Toyota-Produktionssystem her bekannt sind und heute von vielen Firmen genutzt werden, sind die sieben klassischen Verlustdaten. Fehler Ausschuss und Nacharbeit. Dann Überproduktionen. Materialbestände, Lager, unnötige Bewegungen, Transport und Laufwege, umständliche Prozesse und Wartezeiten. Die wichtigsten fünf Verlustdaten, die die Kaisen-Studien ermittelt hat, die wir bereits am Anfang kurz erwähnt haben, sind das Unterbrechen der eigentlichen Arbeit durch Störungen. Das ist der heutige Effizienz- und Motivationskiller Nummer eins. Dann das Aussagen in ineffizienten, ergebnislosen Meetings. Am Nachrennen von fehlenden Informationen, zum Beispiel, wenn der Innendienst das Versäumnis vom Aussendienst ausbügeln muss. Das Suche von Unterlagen und Informationen jeglicher Art und das Warten auf Kollegen, Informationen, langsame EDV-Programme und so weiter. Andere Firmen haben noch zusätzliche Verlustdaten zum Thema gemacht, zum Beispiel zu vermeiden, dass das Redli stets neu erfunden wird. Dann, dass die Ressourcen von den Mitarbeitenden nicht genutzt werden und dass zu viel über Budget- und Umsatzzahlen statt über Prozessverbesserungen diskutiert wird. Wenn Sie vereinbart haben, welche Verlustdaten Sie reduzieren möchten, starten Sie die Prozessverbesserung, indem Sie Ihren Prozess sichtbar machen. Das ist vor allem für Abläufe im Büro wichtig. Wenn Sie also den Prozess mappen, definieren Sie den Zweck des Prozesses, also den angestrebten Output, was der Kunde als Wert will, die Massstäbe zur Messung der Leistung, dann dokumentieren Sie jeden Schritt, wer was genau macht und bewerten Sie jede Tätigkeit nach den Kriterien Wertschöpfung oder Verlustart. Messen Sie schlussendlich auch Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten. Das ist ein Schlüsselfaktor in der heutigen Zeit, denn wenn es Ihnen gelingt, die Durchlaufzeit von Ihren Prozessen z.B. zu vierteln, können Sie die Produktivität um etwa 50% steigern und die Kosten um 20% senken, wenn Sie sich an diesem Beispiel von Womack & Jones orientieren. Behandeln Sie die Verschwendung bzw. die Verlustart, die Sie identifiziert haben, zumindest mit einer einfachen 4W-Methodik. Was Problem bzw. Differenz zwischen Ist und Soll ist und was mögliche Ursachen für das Problem sind. Fragen Sie diesbezüglich fünfmal warum, ob im Rahmen von einem Ursachen-Wirkungs-Diagramm oder auch ohne. Eine Ursache im Bereich Mensch könnte z.B. sein ungenügendes Verkaufsgespräch. Warum? Weil Gesprächskompetenz fehlt. Warum? Weil das Training der Fragetechnik fehlt. Warum? Weil Führungskräfte sich nicht aktiv an der Weiterbildung der Leute beteiligen. Warum? Weil Führungsausbildung fehlt. Warum? Warum? Weil in dem Führungsverständnis der Grundprinzipien fehlt. Und so weiter. Dann, was sind mögliche Lösungen? Und nachdem Sie die nach z.B. den Kriterien Kosten, Zeit und Nutzen bewertet haben, was ist die bevorzugte Lösung? Gestalten Sie schlussendlich Ihren Sollprozess. Entwickeln Sie als Vorlage eine Vision von einem verlustfreien, idealen Ablauf und nähern sich dann Schritt für Schritt in dieser Vorstellung an, im Rahmen eines ständigen Lern- und Verbesserungsprozesses. Sorgen Sie dafür, dass Sie alle Beteiligte mit einbeziehen und dass Sie den Prozess möglichst verlustfrei zum Fliessen bringen. Ein Flow-Erlebnis beeinflusst auch die Motivation von Mitarbeitenden sehr positiv. Mihaly Csikszentmihalyi, ein bekannter Psychologe, der sich ausführlich mit der Motivation von Mitarbeitenden und einem Arbeitsplatz befasst, hat unter anderem fünf Kriterien definiert, was es für ein Flow-Erlebnis braucht. Einerseits ein klares Ziel, dann Notwendigkeit für Konzentration und Aufmerksamkeit. Keine Unterbrechungen. Ein Feedback über die Fortschritte, was die Zielerreichung angeht. Dann ein Gefühl von der Herausforderung, natürlich passend zu können. Sie sehen, da sind die Leitlinien aus Sicht der Psychologie und vom Prozessmanagement praktisch diegleichen. Lassen Sie mich auch dieses Video mit einem Führungstipp zusammenfassen. Fragen Sie sich bei jeder Tätigkeit, ob ein externer oder interner Kunde Ihnen etwas dafür zahlt oder zahlen würde. Und reduzieren Sie definierte Verlustarten methodisch und kontinuierlich. Im Video zum Thema Standards und Methoden werden wir diskutieren, welche ideale Prozesse Sie für Kommunikation mit Kunden vereinbaren können. Registriert Sie sich auf meiner Webseite für Insider und Sie können sich die zu dem Thema verfügbaren Videos kostenlos anschauen oder fragen Sie nach einem ebenfalls kostenlosen Beratungsgespräch, wenn Sie sich informieren, wie Sie Ihre Methoden kompetent sinnvoll entwickeln können bzw. Prozessmappings und Problemlösungsworkshops mit Ihren Teams kompetent moderieren können. Im nächsten Video erfahren Sie mehr zum Thema engagierte Mitarbeitende oder wie und warum Sie Ihre Leute konsequent am Lern- und Verbesserungsprozess beteiligen können. Abonnieren Sie diesen Kanal und Sie werden automatisch informiert, wenn das Video verfügbar ist. Ich freue mich auf Sie und bis bald, Ihre Jürgen Landholt.